Woke up this morning, I feel so fucking important. I looked in the mirror, I'm different. I finally made a decision. I don't need lessons. I do what I want, it's refreshing. Ich hoffe, dass wir in fünf oder in zehn Jahren über dieses Thema gar nicht mehr reden müssen. Diversity oder fühl dich wohl, nobody's shaming. Das sind alles so Sachen, wo ich denke, wir leben im 21. Jahrhundert. Wie weit müssen wir uns denn jetzt noch wachrütteln, um zu verstehen, dass wir alles Menschen sind, dass wir alle gleich sind. Wir machen einfach weiter, bis dieses Thema halt nicht mehr zum Thema wird. Auf den linken Arm. Jawohl. Sehr gut. Ja, guck nach oben. Guck nach oben. Hallo, ich bin Nina Wortmann, 41 Jahre alt und Lebenskünstlerin. Ich bin Hausfrau, Mutter, Ehefrau, Sportlerin, Model. 2003 habe ich einen Autounfall gehabt. Ich bin mit meiner Tochter losgefahren und wollte Einladungen für meine Hochzeit verteilen. Und da bin ich nicht angekommen. Ich bin frontal vor zwei Bäume gefahren und bin dann hinten in der Klinik aufgewacht und hatte halt einen Halsquerschnitt. Das bedeutet, dass ich querschnittsgelähmt bin und dass meine Arme halt mit betroffen sind. Das Schlimmste nach dem Unfall für mich war halt, ich wusste nicht, was mit Scarlet passiert ist. Ich bin davon ausgegangen, dass ich meine eigene Tochter umgebracht habe. Ich konnte nur den Kopf bewegen. Und nichts anderes. Ich habe den Körper nicht gespürt, nichts. Ich lachte einfach. Ich hatte ganz klare Suizidgedanken. Ich wollte so nicht weiterleben. Also als Mutter mit diesem Gefühl, mit dieser inneren Leere. Anderthalb Wochen später meinte das Schicksal verdammt gut mit mir, stand Sven, mein jetziger Mann, damals mein Freund und der Papa von Scarlet. Auf einmal mit der Kurzen vor mir und der ist gar nichts passiert. Die hat nur ein paar Schrammen auf dem Fuß. Sie war da und ich habe nur gedacht, okay Nina, die Scheiße hast du jetzt gebaut. Du bist selber vor diesem Baum gefahren. Die Konsequenz ist jetzt Augen zu und durch. Und dann habe ich angefangen zu trainieren. Also der beste Therapeut war absolut Scarlet, weil diese Herausforderung, sie stand da, diese positiven Gefühle, die sie halt auch geweckt hat, diese Stärke in mir drin. Weil ich wollte ja auch Mama sein und auch eine selbstbestimmte Mama. Und ich bin viereinhalb Monate später nach Hause gekommen. Was machen behinderte Menschen den ganzen Tag? Ich mal gegoogelt. Mir war klar, es gab die Paralympics. Und dann bin ich durch Zufall auf die Seite von Beautis in Motion gekommen, der erste Model Contest für Frauen im Rollstuhl. Ich bin beinahe aus dem Rollstuhl rausgeflogen, wo ich das gesehen habe. Das kann doch gar nicht sein. Und noch viel krasser war es für mich, auf einmal über 200 Frauen zu sehen aus Deutschland, die bildhübsch waren, die im Rollstuhl gesessen haben, die mitten im Leben standen, wo ich gedacht habe, Kein Problem. Aber da bewerben tue ich mich nicht. Weil als Fußgängerin, sag ich mal, bis zu meinem Umfall habe ich mich nie fotografieren lassen. Weil es ist für mich ein grauen Sven kam von der Arbeit. Und dann ist so, Sven, du glaubst nicht, was ich gefunden habe. Ich ihm die Seite gezeigt und er so, da musst du dich bewerben. Ich so, hier, ich bewerbe mich da. Ich bewerbe mich da nicht. Doch, du bewirbst dich da jetzt. Sonst spreche ich drei Wochen nicht mit dir. Da habe ich gedacht, okay, damit er Ruhe gibt, bewebst du dich da. Nicht mehr drüber nachgedacht, weil ich habe ja die Frauen gesehen. Keine Chance, Nina. Ich glaube, vier oder fünf Wochen später geht das Telefon bei mir zu Hause. Sie sind dabei. Man hat ja dieses Karussell im Kopf. Machst du das jetzt, tust du das nicht, was passiert, was ist. Und ich habe dann einfach mein Lebensmotto genommen. Nina, du hast dich da beworben, jetzt musst du die Konsequenz durchziehen. Augen zu und durch. Wird nicht so schlimm. Ja, und so kam der Stein ins Rollen. Jetzt stand da Nina, die sich nie fotografieren lässt, vor diesen ganzen Fotografen. Aber andersrum war es auf einmal diese Erkenntnis, ich wurde gestylt, ich wurde geschminkt. Und auf einmal gucke ich mich im Spiegel an und dachte, okay, jetzt weiß ich, was der Film bedeutet. Plötzlich Prinzessin. Also das war die beste Psychotherapie, mich auf einmal so wahrzunehmen, wie ich, klar, da in dem Moment mit schminke, aber ey, das bin ich. Gerade, gerade, gerade eine Hand möchte ich sehen, vorne, auf dem Bein, ja, genau. Ich hatte ganz viel Glück. In der Jury saß ein Fotograf, Konstantin Ollenburg. Und der hat gedacht, gesagt, dich lade ich ein, komm zu mir nach Hamburg, ich mache mit dir ein Fotoshooting. Wir gucken mal, was wir alles aus dir rausholen können. Und das war gigantisch. Also dieses Fotoshooting hat mich noch mehr wachgerüttelt, weil da ist es mir noch bewusster geworden, es gibt überhaupt keine Menschen mit Behinderung in den Medien, die sagen, ich fühle mich schön. Oder ich mache jetzt mal Werbung für einen Lippenstift. Oder egal für was, gab es nicht. Wir müssen mal aufpassen, also die Haare, weiß ja. Ich bin einfach dankbar, dass dieser Mensch mir über den Weg gelaufen ist und gesagt hat, soll Nina, ich nehme dich an der Hand und wir ziehen das durch. Wenn der Mensch was zu sagen hat, ist es echt einfacher zu fotografieren und Nina hat viel zu sagen. Und was ich großartig finde, ihre Fotos bleiben. Wir haben auch viel gemacht mit Rollstuhl, ohne Rollstuhl, wir waren immer unkompliziert miteinander. Das war eigentlich das, was die Freundschaft ausmacht. Wir haben nie uns auf irgendwas reduziert. Also jeder mit seinen Fähigkeiten und mit seinen Handicaps haben wir uns gut ergänzt. Das ist Wahnsinn. Ich sehe dann ganz viele Freckelfotos von mir, aber dann gibt es da Schnappschüsse, wo ich denke, das bin ja ich. Deswegen schießen wir ja mit Schrot. Wir schießen ja 2500 Bilder und dann haben wir fünf, die wir brauchen. Aber wir schießen ja mit Schrot. Das ist Wahnsinn eigentlich. Das ist eigentlich, weil wir es nicht können. Also wir können nicht auf den Punkt, wir müssen immer ganz viel machen. Und ich mache das jetzt seit 18 Jahren und wenn ich mir jetzt einfach anschaue, was in der Werbung los ist, wie viele Menschen mit Handicap oder mit anderen Behinderungen da rumtouren, bin ich einfach nur glücklich. Wenn ich jetzt gucke, es gibt Agenturen für Menschen mit Behinderungen, es gibt Mischagenturen, es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu repräsentieren. Man muss halt mutig sein und Geduld mitbringen. Also für mich ist es eigentlich normal. Also ich bin damit aufgewachsen und meine Mama stand vor der Kamera, hat gemodelt und ich durfte halt immer dabei rumtanzen und mitmachen. Sonst ist ich finde es super toll, dass sie Vorbild ist für andere, die sich vielleicht nicht trauen, in die Öffentlichkeit zu gehen. Oder generell, viele haben ja, wenn sie im Rollstuhl sitzen, auch schon ein Problem, einfach nur aus dem Haus zu gehen und sich zu zeigen. Und das ist halt das, was meine Mama dann macht und Leuten zeigt, hey, es ist normal, ein Handicap zu haben. Das Mindset, was meine Mama hat, das habe ich mir sehr doll abgeguckt. Ich glaube, jeder hat sein eigenes Schönheitsideal und meine Mama ist halt die Schönste für mich. Konstantin, du musst sagen, wo wir hin sollen. Das ist eigentlich total irre. Ich bin mit meinem besten Freund verheiratet, habe das Glück, dass wir eine gemeinsame Tochter haben. Wir sind 25 Jahre zusammen, 18 Jahre verheiratet. Wenn ich jetzt zurückblicke, bin ich Sven total dankbar, dass er mich dazu gedrängt hat, an diesem Model Contest teilzunehmen. Ich war Botschafterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Ich habe anderen Menschen die Möglichkeit gegeben, selber an Fotoshootings teilzunehmen im Zuge dessen. Ich war auf der Fashion Week in Berlin. Es ist einfach verrückt. Mein Leben ist verrückt. Und es wäre nicht so verrückt, hätte ich Sven nicht an meiner Seite. Absolut nicht. Ich bin einfach immer jedes Mal tierisch stolz auf Nina. Natürlich gab es immer wieder Momente, wo man gezweifelt hat und wo man gedacht hat, geht es überhaupt weiter? Kann das überhaupt oder wie geht es überhaupt weiter? Wir wussten überhaupt nicht. Erstmal waren wir auch noch sehr, sehr jung, wo das passiert ist. Man ist natürlich gerade am Anfang auch immer extrem an Grenzen gestoßen, weil Nina auch am Anfang gesagt hat, das hat mit uns keinen Sinn mehr. Das kam immer von Nina. Nina hat mir immer gesagt, ich will nicht mehr mit dir zusammen sein. Wir können nur noch gute Freunde sein. Und wir wollten ja eigentlich drei Monate später heiraten. Und dann habe ich immer zu Nina gesagt, komm erstmal nach Hause und lass uns erstmal gucken, ob es funktioniert. Wir müssen es dann erstmal ausprobieren. Das Resultat, wir haben dann halt anderthalb Jahre später geheiratet und sind immer noch verheiratet und es hat alles geklappt. Ich glaube, viel mehr Ehepaare sollten Sport zusammen machen und auch richtig körperbetonten Sport, um einfach auch mal diesen ganzen Frust vom Alltag auszulassen. Für mich ist Handbiken ein absolutes Freiheitsgefühl. Für mich fühlt sich das an, als würde ich fliegen können. Und das Schöne ist einfach, wir können das zusammen machen. Also das ist wirklich so ein richtiger Teamsport für uns beide. Ich glaube, man kann in jeder Lebenslage und in jeder Situation was für sich finden, um sich einfach körperlich zu betätigen. Und die Ärzte haben mir gesagt, bei der hohen Lähmung, da wird nicht viel kommen, vielleicht ein bisschen Armkraft. Und ich bin mittlerweile dabei, eigentlich alles zu erreichen, was ich erreichen möchte. Ich spiele Tischtennis, Rollstuhl-Rugby, ich bereise die Welt, ich mache und tue. Und heute ist mir einfach bewusst, dass ich diesen Rollstuhl unterm Hintern habe und dass es gar nicht so schlimm ist. Menschen, die Depressionen haben, Angstzustände haben, die psychische Erkrankungen haben, die haben diesen Rollstuhl im Kopf und die sind viel schlimmer dran als ich. Das ist eine körperliche Behinderung, mit der ich umgehen kann. Mein Rolli ist nur unterm Hintern, ich bin ein absolut glücklicher Mensch, weil das Leben einfach viel zu schön ist, um es nicht zu leben. Ich kann dabei richtig entspannen und diese Veränderung einfach irgendwann sich wahrzunehmen. Um gar nicht mehr so menschlich wahrzunehmen, sondern als Leinwand. Ich bin einfach Jörg dankbar, dass er gesagt hat, Nina, ich bringe mich in meinem Nature-Art-Projekt unter. Und das ist genau das, was ich wollte. Und ich weiß auch, dass es funktioniert, weil ich habe vor einigen Monaten mit Jörg ein Diversity-Projekt mit umgesetzt und da haben wir das schon mal im Trocknen in der Halle auf dem Teppich trainiert, dass das funktioniert. Ja, es ist natürlich schon eine besondere Aufgabe und ein besonderer Job. Ich darf die Welt ein bisschen farbiger machen und schöner machen mit meinen Ideen. Mit dem Bodypainting Menschen in die Natur rein zu integrieren, sind ja immer sehr aufregend und sehr speziell. Und das hängt immer auch von der Location und von dem Motiv ab. Und jetzt mit Nina zusammen so ein Projekt und so ein Motiv umzusetzen, ist nochmal eine ganz andere Nummer, weil einfach die Gegebenheiten besonders sind. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Ich habe mich schon öfters nackt ablichten lassen, auch komplett nackt ohne Körperbemalung. Ich finde, das ist auch ein ganz wichtiges Statement gegen Bodyshaming, weil es ist egal, ob ich jetzt gelähmt bin und keine Bauchmuskeln habe, ob ich einen kleinen Busen habe, einen großen Busen habe. Ich bin Nina und ich hoffe, dass das einfach mal in der Zukunft viele andere Menschen auch von sich sagen können, dass sie im Spiegel stehen und sagen, ich bin ich und ich muss mich nicht mit anderen vergleichen. Ich bin Nina und ich bin Anna und ich bin Anna und ich bin Anna.